Langsam allerdings bekommt die Krone der Mobilität ernstzunehmend die Risse. Die 32. Kirchheimer Critical Mass. Eine Frage des Respekts. Die Critical Mass. Mehr als nur eine Frage der Wahrnehmung. Eine Frage des Respekts. Critical was? Hier nochmal die Erklärung. Eine möglichst große Zahl an Radfahrern schließt sich regelmäßig zu einer Gruppe zusammen und beansprucht so ihren Platz. Im Straßenverkehr. Sie mischen sich in die alltägliche Blechlawine auf Kirchheims Straßen. Sie sorgen für einen kurzen Moment der Ruhe vom quälenden Lärm und werden so zur Attraktion. Ein Grundanliegen der Critical Mass ist, sicheren Verkehrsraum für Radfahrer zu beanspruchen. Weg von einer autogerechten Stadt hin zu einer menschengerechten. Wie soll in Zukunft unsere Fahrtbewegung im Straßenraum und die Begegnung im öffentlichen Raum aussehen? Weiterhin Vorfahrt für das Auto? Weiterhin Lärm und Gestank? Oder doch lieber ein umweltverträgliches Verkehrskonzept? Ein menschengerechtes? Nur woher rührt dieses Unverständnis, dass viele Autofahrer angesichts Radfahrender Zeitgenossen im Straßenverkehr an den Tag liegen? Es liegt am Selbstverständnis der Wagenlenker. Einem Selbstverständnis, das von Politik und Industrie über Jahrzehnte hinweg gefördert und gefestigt wurde. Mit dem Ergebnis einer asphaltierten Gesellschaft. Für den Autoverkehr und für niemanden sonst wurde die passende Infrastruktur geschaffen. Egal ob Autobahn, Umgehungsstraße, Tempo 30 Zone oder Tiefgaragenstellplatz. Verkehr wurde vom Auto her gedacht. Wir leben gewohnheitsmäßig in dieser Welt. Vieles fällt uns schon gar nicht mehr auf. Langsam allerdings bekommt die Krone der Mobilität ernstzunehmende Risse. Denn die Probleme kann keiner mehr ignorieren. Wir leisten uns ein Verkehrssystem, das Unmengen an fossiler Energie verschlingt und uns giftige Gase hinterlässt. Und nun tauchen auch noch diese Radfahrer auf, die ihren Platz im Straßenverkehr beanspruchen. Sie tun dies in einem Straßenverkehr, der doch dem Auto gehört. Sie tun dies mit einem Verkehrsmittel, das doch schon fast ausgestorben zu sein schien. Das ist zugegebenermaßen schwer auszuhalten. Und wenn du nicht genug kriegen kannst, dann schau auch meine anderen Filme. Und tschüss, bis zum nächsten Mal.